Schule aus, bin mal wieder gut drauf Schnappe mein Beuchel, dreh die Mucke auf Schreibe Jungs, lass mal treffen Wir sehen uns um halb acht an der Ecke Yeah, der eine bringt Kölz mit Und ich weiß schon, wie es endet Ich hol die Jungs, alles cool Jeder kennt das Motto, jeder weiß, was so tun ist Wir halten zusammen, alle für einen Einen für alle Das ist ganz normal, alles andere wäre nur asozial Auch wenn das Luder auf dich steht Weißt du, dein Bruder hat Priorität Denn ich sag Bruder, vor Luder, close me for homes Jetzt sind sister vom Mister, sonst hast du keine Chance Denn ich sag Bruder, vor Luder, close me for homes Wenn du dich nicht anhältst, dann hast du, dann hast du keine Chance Oh 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 Ich wäre heute so gerne dabei, doch sorry Bro, ich schäle mit meiner Perle daheim Auch wenn das Luder auf dich steht, weißt du dein Bruder hat Priorität Denn ich sag Bruder, vor Luder, blow me for hope, es ist jetzt ist er vom Mist da, sonst hast du keine Chance Denn ich sag Bruder, vor Luder, blow me for hope, wenn du dich nicht anhältst, dann hast du, dann hast du keine Chance Oh 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 Rolls me for once, der Seelz ist da, form ist da Sonst hast du keine Chance, der ist nach Bruder, voll Luder Rolls me for once, wenn du dich nicht anhältst Dann hast du, dann hast du keine Chance Freunde, der Bruder von Luder Titelsong ist ab sofort überall erhältlich Bei iTunes, bei Google Play, bei Amazon und als CD bei Mediamarkt, unser Tool Alle Links in der Infobox Freunde, schlag zu, hier ist sogar noch ein geiler Remix drauf, den müsst ihr euch auf jeden Fall geben Und, vergesst ganz sicher nicht, ab dem 24.12. also ab Heiligabend Ist Bruder von Luder, der Film überall im Kilo, ganz Deutschland, Österreich und Schweiz Also Freunde, ab Weihnachten, unser Weihnachtsgeschenk sozusagen an euch Bruder von Luder, wenn ihr Bock auf eine geile Komödie habt Auch mit vielen weiteren YouTubern, da müsst ihr da auf jeden Fall reingehen Und ab dem 20. also ab morgen Also ab morgen, ne, ab dem 20. Ne, am 20. Am 12. sind ganz viele Previews, ganz viele Kino-Previews Also wenn ihr den Film vier Tage früher sehen wollt Wenn ihr die Ersten sein, wollt ihr den Film sehen Geht morgen in die Previews von Bruder von Luder Freunde, alle Infos dazu unter brudervonluderfilm.de Freunde, geht in den Film, das wird mega geil Und vergesst euch nicht, die Single zu holen Bis dahin, tschüss